So Freunde, neuer XP-Clitch, neues Glück, let's go, das ist der Code, gebt den einen Freunde, ist nochmal in der Bio verlinkt, lasst ein Abo oder lasst ein Like dafür mehr XP-Clitches, ich würde sagen, wir gehen rein Freunde, drückt Enter, aufspielen und es wird zu krank Freunde. Dieser XP-Clitch wird auch ein, also ist ein kranker XP-Clitch, meiner Meinung nach der beste sogar, alleine, deswegen, ich werde es euch gleich zeigen, warum Freunde, ich mache auch keinen Cut oder sonst wieder so rein Freunde und by the way, joint meinen Discord-Server, falls ihr einen geilen Server sucht, einen aktiven Server, kranke Giffle-Race sucht, krank, klar, kommt auf jeden Fall rein, es sind so viele Leute am Start, ok, auf jeden Fall auf Einstellungen und auf Spiel starten direkt, ja, wenn ihr da direkt Spiel starten gedrückt habt Freunde, dann ladet es erstmal, Spiel starten, 3, 2, 1. Wenn das Spiel gestartet hat Freunde, gehen wir einfach nach hinten, keine Waffen ausfammeln, kein gar nichts, einmal nach hinten gehen hier, nach hinten, ihr könnt auch dabei gerne hinsliden, ja, wenn ihr hier da seid Freunde, dann klickt ihr wieder da drauf, tragt einen Creator-Code ein, wir tragen jetzt mal einfach XP-P ein, drücken auf annehmen Freunde, ganz ganz easy, wenn ihr das gemacht habt Freunde, dann kommt ihr wieder so eine Geburtstagfeier, dann baut ihr hier so eine Treppe hin und einen Boden, ja, ganz ganz wichtig, und danach springt die da rein, ja, das ist ganz ganz easy, so wie ich das mache, zack, und dann seid ihr hier und danach macht ihr diesen Deathrun, ja, das ist halt so ein Deathrun, was man hier spielen muss Freunde, und diesen Deathrun spielt die halt dann und umso mehr XP, umso schneller ihr seid, umso mehr XP bekommt, wir haben jetzt schon mal die ersten XP, aber das war noch gar nichts von, das waren erst die ersten und das war erst der Anfang Freunde, ja, da kommt jetzt ganze Zeit noch was, deswegen werde ich auch gleich sagen, warum der XP-Clitch eigentlich so geil ist Freunde, let's go, einfach weitermachen Freunde, einfach weitersliden, ganz ganz easy, so, zack und zack und dann runter, let's go, wenn ihr das Ganze gemacht habt Freunde, geht's hier direkt weiter, hier in den Nado rein, so, zack, wenn ihr in den Nado drin seid, jetzt kommt ihr hier auf diesen Schnee, und wenn ihr hier auf dem Schnee seid Freunde, rennt ihr bitte nach hinten, so, einfach nach weiteren, Freunde, weiteren, 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 so, zack, 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 zack und dann geht ihr bitte zu dieser Frau, ja, es leitet einfach schnell runter, zack, so, zack und wenn ihr da seid, ups, ein bisschen außerdem, ein bisschen zu weit, ähm, untergeslidet, wenn ihr bei der Frau seid, dann drückt ihr einfach E, interagieren, jetzt kommt die nach unten, alles kein Problem Leute, so, dann klaut's nochmal nach unten und gleich haben wir es schon geschafft, wir haben es gleich schon geschafft, let's go chat, so, wenn wir da sind, ja, ich seht hier, wo wir sind gerade, dann ganz, ganz easy Freunde, seht ihr hier ein paar Personen, ja, die hier einfach so stehen, da rennt ihr einfach weiter, ja, macht euch da nichts draus, einfach weiter rennen, die machen nix, einfach weiter rennt ihr auf jeden Fall hin Freunde und dann hier steht dann interagieren, drückt ihr wieder E, ganz, ganz easy und rennt dann weiter und drückt wieder E, so, wenn ihr das Ganze geschafft habt, seht ihr, wir werden jetzt XP bekommen und das Geile an diesem XP-Clitch ist, es wird immer mehr, umso länger du drin bist, ihr seht, wir kriegen die ganze Zeit XP-Freunde, schaut euch das an Freunde und es wird immer, immer mehr, deswegen finde ich diesen XP-Clitch auch richtig geil Freunde und der wird auf jeden Fall auch, da könnt ihr einfach AFK sein, Freunde, mega geile Sache, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und ganz, ganz wichtig, joint mein Discord erst in der Bio für mehr XP-Clitches, Glocke aktivieren und schreibt in den Kommentar, ob es geklappt hat, haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.